Aber hier kommen die Ratten nicht hoch. Das ist gut. Oh, die werden aber lauter gerade irgendwie. Trau mich kaum umzudrehen. Das Spiel hat es in sich. Boah, ich schwitze schon. Folge mir. Ja. Und es ist nicht warm draußen. Regnerisch vielleicht um die 12, 13 Grad. Ja, hallo? Was hat die jetzt gemacht? Hä? Ja, cool wie die das auch abgewehrt hat irgendwie. Also, hallo? Warum, was hat, stand da jetzt was? Ich habe gerade blöderweise in dem Moment nicht da drauf geachtet. Genau. Also, dann muss ich ja wohl irgendwie hier lang. La, 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 la. Richtig eklig. Okay, vielleicht werde ich nach dem Spiel keine Angst mehr vor den Viechern haben. Warte mal, irgendwie muss ich doch hier runterkommen, oder? Ah, guck mal. Gut, wir gehen gleichzeitlich. Yo, nice. Hier entlang, komm. Na gut. Na gut. Wir sind zu laut. Viel zu laut. Ugo, beruhige dich. Oh, hier irgendwas vergessen? Ne. Wee. Oh, eine Werkbank. Und Metz. Was ist das denn? Ah, guck mal, was kann ich denn machen? Hier. Tasche. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Keine Ratten. Wohin soll... Äh. Nicht, schnell ins Licht. Ich sehe hier keine Fackeln. Wie... Was sollen wir tun? Gut. Das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Nein! Aua! Boah! So. So, darf ich? Und schnell da drüber. Da draußen ist Licht. Oh, ja. So, ich hoffe, da hinten war nichts, aber... Egal. Hauptsache weg. Die drei Heiligen! Ja, die haben wir vorhin schon gesehen. Ah. Boah! Uah! Uah! Nun gut. Wir müssen vorsichtig sein. Boah, zurück. Da ist ein Schinken. Da komme ich aber nicht dran von hier. Über den Tisch. Aber als ob die da nicht drauf kommen, ne? Da lang. Dort sind wir in Sicherheit. Die Viecher können doch mordsmäßig springen. Liegt da was? Oder ist das nur... Da? Da liegt was, oder? Ja, toll. Wie soll ich da dran kommen jetzt? Oh, ne Fackel. Das lenkt aber nur ein Teil ab. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Ich will wissen, was da blinkt. Hm. Da ist irgendeine Barriere. So richtig kommen wir ja nicht weiter, ne? Kann ich eigentlich so ein Vieh abschießen? Ne. Ich meine, ich habe zwar auch nicht getroffen, aber... Jetzt trotzdem mal so... Überlegt. Was ist das denn da? Ne, wenn ich da... Ich habe Angst, wenn ich runtergehe, dann kommt die auf mich. Oh, das Blinken da hinten. Da ist doch was. Diese Fackel da. Hat die das jetzt zu dem Gitter gesagt, oder? Zu dem, was hinter mir ist. Ich wage es. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Okay, hier bin ich safe. Sehr schön. Dann habe ich eine Fackel, dann können wir das da hinten aufheben. Beeil dich. Na los. Ja. Mein Finger. Krieg schon einen Kampf. Da guckt er. Nein. Ja, war so klar. Geht's dir gut? Ja. Bleib wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie, wie, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg. Keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Sino, da ist dein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeile dich. Alter, verpisst euch. Was machen die? Ey, Clashen. Ey, Clashen. Schnell jetzt. Oh mein Gott. Ups. Ugo, was ist denn? Ugo, antworte mir. Los, los. Ey, das sieht scheiße aus. Weg mit euch. Ja, die lösen sich dann auf, ne? So, nehmen wir die nächste. Boah, wie cool das Spiel ist. Wo rennst du denn? Oh mein Gott. Wir machen den Weg frei. Ganz ruhig, Anissia. Ihnen geht's gut. Dir geht's gut. Konzentrier dich. So, ich wechsle mal wieder. Die Zweite verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Oh, nee, oder? Nein. Ja, komm, ey. Man will automatisch immer mit Leertaste klettern, obwohl da eh dran steht. Das ist ein Reflex. Wie ist das eigentlich? Habe ich jetzt die Sachen da schon aufgenommen? Auf dem Bett war das, ne? Oh, nee, das hab ich echt nicht. Das ist mal wieder was anderes. Bei jedem Spiel hätte man das jetzt gehabt schon. Haben wir vielleicht... Ah, guck mal, da. Jawoll. Die Zweite verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Ja, gut. Boah, da war ein... Unter den Brettern waren welche. Nein, Mann. Wie kam die denn da dran? Wie soll das gehen? Aber jetzt muss ich da immer durch, ey. Anstatt, dass das dazwischendurch speichert. Oh, Mann. Warte mal. Da geht die Fackel aus, ne? Ja. Von hier kam ich. Ich kann auch nicht sprinten mit der Fackel in der Hand, ne? Ugo, ich muss ihn da runterholen. Achso, hier geht's dann raus. Wusch. Würde ich einfach anfackeln. Aber es kommen wahrscheinlich so viele, die kriegst du nicht tot, halt. Ah, guck mal. Die Zweite verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Oh, das ist... Oh, Vorsicht, Vorsicht. Hahaha. Nein. Ja, das Aus. Ja, danke. Genau, das Ding. Perfekt, danke. Perfekt. Bomb. Okay, so ein bisschen kann sie doch sprinten dabei. Gut, du kannst jetzt runterkommen. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schön gut. Ah, ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. Ah. Aua. Haha. Heiß, heiß. Aber hätte ich auch noch da hochgehen können, theoretisch. Das checke ich aber nochmal. Ich hoffe, das... Nein, reicht die Fackel jetzt noch? Boah, war das knapp, Alter. Komm, hoch mit dir. Natürlich. Das war so close. Siehste, jetzt noch Loot. Oh, Vorsicht. Zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Da ist auch noch was. Der Kreuzfahrer. Ich habe schon ewig niemals gehört. Ich gehe runter. Ja. Das nennt man auch so teilweise. So, das war doch gut, dass ich da nochmal nachgeguckt habe. Oh, ach ne, hier komme ich ja durch. Ach ne, hier komme ich ja durch. Die Krypto. Ach, Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Jo, alles klar, das war's mal mit der Session. Wir sehen uns im nächsten Part. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut rein. Bis dahin. Tschüss.